Was steht dein Bett? Ich dachte, irgendwo musst du ja schlafen. Eine Luftmatratze hätte es auch getan. Ist dir das zu viel? Nein. Nein, das ist perfekt. Ich möchte dich etwas fragen. Alles. Deine Bedingung ist, dass wir heiraten. Damit du mich verwandelst, richtig? Ja. Okay. Ich möchte auch eine Bedingung stellen. Alles, was du möchtest. Versprichst du es? Ja. Gut. Hey. Äh, Lila. Nein. Du wolltest doch, dass ich jede menschliche Erfahrung mache. Nicht solche, die dich töten können. Das würdest du nie tun. Und alle sagen, nach meiner Verwandlung werde ich nur die ganze Stadt abschlachten wollen. Das hält nicht ewig an. Ich will dich. Solange ich noch ich bin. Solange ich dich noch so will. Es ist zu gefährlich. Versuch es. Versuch es einfach. Ich gehe auch auf ein teures College. Und du darfst mir sogar ein Auto schenken. Ich werde dich heiraten. Versuch es einfach. Versuch es einfach.